Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kundinnen, liebe Kunden, liebe Interessentinnen und Interessenten, liebes Netzwerk. Ich melde mich heute mit einem Video bei Ihnen, weil wir ja kurz vor dem in Anführungsstrichen Sommerloch oder vor der Sommerflaute bei unserem heiß geliebten Heimatindex DAX 40 eine sehr interessante und auch vielleicht richtungsweisende Formation sehen, nämlich eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und warum komme ich da jetzt mit einem Video auf Sie zu? Weil Schulter-Kopf-Schulter-Formationen von der Eintrittswahrscheinlichkeit die höchste prozentuale Eintrittswahrscheinlichkeit haben. Das heißt, man liegt hier bei 80 Prozent aufwärts, wenn die Formation vollständig ausgebildet ist, wenn die Signale eintreten und es dann jeweils in die prognostizierte Richtung geht. Ja, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formationen. Die letzten Tage waren alle sehr erfreulich im DAX kurzfristig betrachtet. Wir sind immer noch übergeordnet in einer sehr unsicheren Situation. Ich will gar nicht auf fundamentale oder makroökonomische, geschweige denn quantitative Zahlen eingehen. Das können Kolleginnen und Kollegen von mir hier im Haus viel besser. Wir schauen uns einfach den DAX an. Kurz vor oder knapp nach dem Beginn der Sommerferien, auf was ist zu achten? Mein Name ist Martin Utschneider. Ich freue mich, dass wir jetzt die nächsten Minuten in dieses wichtige Thema mit einsteigen. Ich teile schnell den Bildschirm. Ja, inverse SKS beim DAX. Hier sieht man schön den Hamburger Hafen. Aber man hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin nach wie vor in München. Ja, so sieht das Chartbild im Moment aus. Ich habe hier, wenn Sie meinem Cursor folgen, auch diese inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation eingezeichnet. Wie gesagt, ein sehr wichtiges, markantes, wenn nicht sogar das bekannteste und wichtigste Chartmuster schlechthin in der technischen Analyse. Und auf was ist jetzt hier zu achten? Die roten Linien sind die sogenannte Nackenlinie oder die Nackenlinien. In dem Fall sind es zwei, weil wir hier auch noch eine ganz wichtige Gap-Formation haben. Also ein sogenanntes Erschöpfungsgap. Und wir haben quasi zwei Schultern. Also es ist kein, sag ich mal, gerade dastehender linearer Boxer oder Wrestler mit seinen muskelbepackten Schultern. Nein, so ein bisschen ein schräges Ding, aber vollkommen sauber gezeichnet. Bei 13.649 und bei 13.750 verläuft quasi diese doppelte Schulter-Kopf-Schulter-Nackenlinie. Und die ist unser Signal. Die letzten Tage waren erfreulich. Da brauchen wir gar nicht reden. Wir sind von, ja, zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzend im Sentiment gewechselt. Aber das ist auch die Gefahr an der Börse, dass jetzt im Moment die Emotionen wieder hochkochen und man vielleicht meint, jetzt ist alles wieder gut. Die Märkte sind nach wie vor schwierig. Es ist ein schwieriges Umfeld. Und das zeigt uns auch die Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und das heißt, kurzfristig, der View liegt hier ganz klar auch am heutigen Tage, zum einen auf der 13.649. Wir haben gestern hier schon mit dieser, nennt sich Doji-Candle, gezeigt, dass der Markt es zwar versucht, diesen Widerstand zu knacken, es aber nicht schafft. Und für heute erwarten wir zunächst mal rückläufige Kurse. Jetzt kein Crash-Szenario oder jetzt nicht eins zu eins wieder alle Gewinne, dass die eben wegkommen. Aber wir sehen ganz klar, der DAX spricht hier mit uns und sagt, hey, noch bin ich nicht reich für die 13.750 plus X. Von dem her auch hier, nächste Folie, habe ich die Bollinger Bänder mit dazu gefügt. Die Bollinger Bänder sind eine Volatilitätskennzahl aus der Markttechnik. Chart-Technik sind wir uns klar, Schulter-Kopf-Schulter-Formation, inverse Nackenlinie 13.649 bis 13.750. Und auch die Bollinger Bänder sprechen genau diese Sprache. Das obere Bollinger Band tendiert fast punktgenau mit der einen Nackenlinie bei 13.642. Da kann man vom Punkt genau sprechen in der Chart-Technik. Also Bollinger Bänder sind ebenfalls ein Deckel nach oben. Man muss sich ein Bollinger Band vorstellen wie eine Bandbreitenfunktion, in der sich der DAX bewegt. Man sieht es auch an der Historie hier. Der das letzte Jahr oszilliert, tendiert immer innerhalb dieser Linie mit leichtem Ausreißer nach oben. Dann geht es wieder zurück und umgekehrt. Und genau das haben wir im Moment auch. Und da sieht man mal wieder, ich bin immer auch selber immer wieder überrascht, wie das Ganze zusammen sich fügt. Das gesamte Bild, Bollinger Band quasi punktgenau auf Nackenlinie, ganz klares Signal. Bitte abwarten, nicht jetzt in Kaufpanik verfallen, weil der neben mir oder die neben mir jetzt die letzten Tage Gewinne gemacht hat. Es kann jetzt auch noch mal nach unten gehen. Ja, also von dem her freuen wir uns auf einen schönen Sommer. Freuen wir uns auch generell an unseren Ferien, an unserem Urlaub, aber werden wir nicht kurzfristig blauäugig. Und wie gesagt, das ist ein kleiner View. Hier auch noch mal der Disclaimer in eigener Sache. Ich bin der Martin Utschneider aus der technischen Analyse. Ich kann mit Ihnen weder Finanzplanung betreiben, noch ein individuelles Anlagekonzept. Noch bin ich Asset Manager, der alles in allem vereint. Gehen Sie da vertrauensvoll auf unsere Asset Manager zu. Die haben nicht nur den DAX im Blick, die haben alles im Blick. Gehen Sie auf meine Kolleginnen und Kollegen im Private Banking, im institutionellen Bereich zu. Das sind ausgebildete Leute, das sind Männer und Frauen, die haben Expertise in dem Bereich. Ich versuche immer in regelmäßigen Abständen, auch in meinem täglichen Newsletter, in die Märkte zu blicken, Tendenzen auszuloten, um Ihnen kurzfristig Orientierung zu geben. Ja, von dem her, ich hole mich mal wieder zurück. Da bin ich wieder. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit bei diesem kurzen Video. Ich denke, es ist ganz wichtig, im Moment das zu sehen, denn wir sehen im Moment von der psychologischen Seite her an der Börse. Und das spiegeln mir auch viele Kolleginnen und Kollegen, die direkt an der Börse im Handel tätig sind. Man sieht hier schon wieder so aufbäumende Euphorie, blinde Euphorie. Von der sollte man sich nicht leiten lassen. Haben Sie den Blick auf besagte Marken, 13.649, 13.750. Das sind unsere Schlüssel, Schlüsselstellen. In Hamburg sagt man Tschüss, hier unten in Bayern sagt man Servus. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ihr Martin Utschneider. Servus.